Hi, ich bin Matthias und ich bin Tuba. Ich finde, ein Blasinstrument macht in der Musik mehr Spass und in der Atemmusik. Mir gefällt besonders gut daran, dass man extrem tief spielen kann. Tuba ist schon sicher ein großes Instrument, aber es ist eine kleine Tuba, damit man anfangen kann.